Das ist ein Hallo, Manners! Na, was geht? Sorry, Kollege, für dich würdet ihr heute nicht. Such dir mal einen anderen Club. Hey Jungs, ich will einfach nur ein bisschen Dance und ein paar Chicas klären. Die mal in der Dorf zurück, wo du herkommst. Komm jetzt, seid doch mal bitte nicht so. Spike, Arbeit für dich. Hier versteht jemand unsere Spare nicht. Lass mich doch mal rein. Komm, seid doch mal nicht so. Hey, ich würde einfach so das anziehen. Du musst doch mal blicken, du Schuchel. Ja, Axen, was geht? Ey, Sinsen, Mann, du musst mir unbedingt helfen. Ich komm in den Club nicht rein. Hä? Wie? Ja, du, bleib mal ganz ruhig, ich hab da ne Idee. Oh, Sinsen, hab ich dir so viel versprochen? Jetzt siehst du wie ein Mann aus. Sinsen? Vielen lieben Dank, du hast mir echt den Arm gerettet. Dank mir nachher mein Guter, bin hierhauen. Tschau. Tschau. Hey, Tasche, warte. Sag mal, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Naja, ähm... Ich kann dir nicht in die Jacke abziehen. Sehr gerne. Genial. Hey, warte mal! Hast du jemanden vergessen? Ah, Dankeschön. Jetzt siehst du feiern aufs Appetit. Dankeschön, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. eaters. Weiß Belt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020